Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Webirth und The God Mode natürlich immer noch. Wir nehmen wieder unser File 3. Letztes Mal haben wir zwei Challenges gemacht, nämlich die Lost Challenge und die Plop Challenge. Die beiden Videos kamen gestern, weil die Lost Challenge so verdammt kurz war. Und heute dann wieder ein normaler one, würde ich sagen. Den haben wir dann bisher gespielt. Wir haben Arak bisher gespielt, wir haben Bridget schon gespielt. The Wake haben wir auch gespielt, den mochten wir allerdings nicht so gern. Drake war nämlich eigentlich ganz normal. Xave haben wir schon gespielt. Destiny müssen wir noch freischalten. Gitschen haben wir schon gespielt. Adra haben wir auch schon gespielt. Das heißt, The Blind und The Mask könnten wir noch spielen. Und wir sollten mal gucken, ob wir irgendwie Destiny freischalten können. Unlocked by not picking up hearts for two levels. Egal welche Herzen, oder was? Oder nur rote Herzen. For two levels. Okay, auf jeden Fall spielen wir mal. The Mask. Wir spielen The Mask. Schauen wir mal. Oh, okay. The Mask hat anscheinend kein Gesicht. Oh Gott, The Mask. Was geht ab? So. Und, das war schon mal schlecht, dass wir jetzt das Herz aufgesammelt haben. Weil. Fuck. Weil wir deswegen halt nichts freischalten können. Und anscheinend haben wir keine Leben und wir können auch nicht schießen. Was? Ah doch, wir haben. Ah, okay. Wir haben die Lunge. Wir haben die Lunge. Anscheinend ist das random, was man bekommt. Ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also, wir haben Monsters Lunge. Damit können wir so komisch Sachen schießen. Unser Schaden ist nicht wirklich hoch. Alles ist nicht wirklich hoch. Wir haben keine Leben. Kann aber auch ein Curse sein. Okay, es ist ein Curse. Gut. Dann war das vielleicht doch nicht so schlecht, dass wir das Herz aufgesammelt haben. Wir haben zehn Münzen. Wir können uns einen Schlüssel holen. Wir holen uns zwei Schlüssel. Das ist, glaube ich, besser. Und die Bombe sollten wir uns auch holen. Und wir haben eine Pille von Anfang an. Okay, gut. Ich weiß gerade nicht, was unser Space-Item macht, wenn ich ehrlich bin. Aber wir können recht schnell jetzt aufladen. Also viel schneller als eben, weil wir diesen Pilz im Glück gefunden haben. Das hilft uns auf jeden Fall auch sehr gut. Und wir können uns hier vielleicht sogar noch ein paar Münzen irgendwie rausglitschen. So. Eine haben wir wenigstens bekommen. Sogar zwei. Perfekt. Gut. Da ich nicht weiß, wie viele Leben wir haben, traue ich mich da gerade irgendwie nicht rein. Wir sollten aber ja zumindest... Okay, hier unten sind die nicht. Wir sollten zumindest... Ähm... Ein blaues Herz haben. Oh Gott. Lad halt schneller auf. Von daher... Komm, wir gehen einfach mal da rein. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Aber wir kriegen mehr Kisten dadurch. Beziehungsweise unser erstes Gabi-Item. So. Wo ist das Stil? Perfekt. Was haben wir hier? Are you a wizard? Ist uns egal, weil wir sowieso monstruose Lunge haben. Und noch mehr Spinnen. Spinni! Yay! Woohoo! Gut. Alles klar. Dann können wir nochmal unsere Pille einsetzen. Vielleicht wäre es dann eine Teleport-Pille gewesen oder so, aber es ist scheinbar nicht. Und wir sind anscheinend nicht so lost. Also wir haben auf jeden Fall mehr Leben als zunächst gedacht. Also auf jeden Fall nicht nur eins. Das heißt, wir können auch nicht die ganzen Devil Deals umsonst mitnehmen. Aber... Aber ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall sehen wir cool aus. Wir sind ein kleiner Astronaut oder sowas. Ein kleiner Monstro-Astronaut. Yay! Plak! Plak! Ich spuck dich an! So, das ist jetzt die Frage. Da gibt es ja öftmals auch irgendwas richtig Cooles. Diesmal leider nur ein Schlüssel. Wir sollten vielleicht mal bis 100 spenden. Das wäre ja auch ganz cool. Store-Upgrade-Level 2. Sehr schön. Zählt das jetzt schon mit der nächsten Ebene? Das wäre ja ganz schön eigentlich. Wenn das gleich für die nächste Ebene zählen würde. Das heißt, dass wir in der nächsten Ebene... Wenn wir da dann ein... Oh nein. Oh nein. Okay, warte. Das... Oh! Das ist natürlich cool. Dass wir in der nächsten Ebene dann sofort... Okay, das ist irgendwie ein uncooler Raum. Ich glaube auch nicht, dass wir noch viele Leben haben. Oh wow. Dass wir in der nächsten Ebene dann sofort einen Shop haben. Äh! Nochmal. Okay, wir haben also zwei... Zwei blaue Herzen von Anfang an. Gar keine roten. Okay, gut zu wissen. Ähm... Gut, Shop-Upgrade-Level 2 haben wir trotzdem freigeschalten. Unsere Winzweck ist jetzt natürlich weg. Das war nicht ganz so cool. Wir haben... Die Set Onion. Sogar mehr Schaden als eben. Und... Achso, das ist auch alles zufällig. Die ganzen Werte. Okay, interessant. Das heißt, als Eden muss man echt Glück haben mit dem... Zeug, das man so bekommt. Oha, okay. Ähm, und dazu haben wir noch diesen Bump-Friend. Der richtig unnötig ist, aber wir haben ihn. Guck mal, den können wir hier gleich mal einsetzen. Los, Bump-Friend. Ex für dir. Sehr schön. Auf dich ist Verlass, Bump-Friend. Dann kommen wir auch da hinten ran. Sehr cool. Kriegen dann unser erstes Leben. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wirklich auch rote Herzen bekommen können oder nicht. Ja. Gut. Ich glaube, die Herzen sind aber auch zufällig, oder? Bei Eden? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch unsere Maske. Die hatten wir eben nämlich nicht. Wegen Monstruss Lunge anscheinend. Aber so sollten wir eigentlich aussehen. Also da war wieder irgendwas falsch gelaufen. Allgemein habe ich voll das Gefühl, dass diese Mod ein paar Bugs hat. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Ist ja egal. Solange man noch mit den Fliegen knuddeln kann, ist alles gut. Ne, Fliegi? Ja. Mit dir habe ich geredet. Dich habe ich gemeint. Okay. Ich weiß aber auch gar nicht, ob der Bump-Friend wirklich viel Schaden macht. Vielleicht macht der ja richtig viel Schaden und der hilft uns dann richtig doll bei den Bossen. Eben den Bump-Friend zu haben, wäre nämlich richtig gut gewesen bei dem Boss eben. Hatten wir aber nicht. So. Cool, danke. Setzen wir hier mal den Bump-Friend ein. Pow. Schön. Und wir haben einen Schlüssel. Komm, wir schauen hier mal rein. Okay. Das Upgrade ist auf jeden Fall da. Das Humble Bundle wäre eigentlich sehr, sehr cool. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch genug Geld. Dann könnten wir uns das auf jeden Fall holen. Und sonst, wenn wir nicht genug Geld haben, holen wir uns einfach das blaue Herz, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist halt eine gute Idee. Aber das ist ja dann richtig tricky gemacht mit diesen... Ähm. Na, wie heißt der? Destiny. Das heißt, keine Herzen aufsammeln. Da für zwei... Für zwei Ebenen. Weil man bekommt ja in jeder neun Ebenen ein blaues Herz. Von daher. Das ist ja dann... Da darf man das Anfangsherz einfach nicht mitnehmen. Am besten ist es dann, wenn man gleich von Anfang an so richtig viele Herzen hat. Und dann einfach keine mehr mitnimmt. Und keine mehr verliert natürlich. So. Oh. Verdammt. Gut. Wir können uns hier sechs Münzen holen. Müssen wir uns auch merken. Eventuell brauchen wir diese sechs Münzen nämlich. Äh. Äh. Aha. So. Kriegen wir hier ne Münze? Nein. Du mal bitte nach oben. Komm schon. Dann halt nicht. Oh. Ein Schlüssel. Finde ich gut. Und noch ne Münze. Wow. Okay. Das war knapp. Egal. Und uns wird genau eine Münze fehlen, wenn wir uns jetzt diese sechs Münzen hier holen. Ich will sie mir trotzdem mal. Ein, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Gut. Eine Münze noch. Beziehungsweise wir könnten auch einfach die Trouje öffnen. Mit Tummy's Head. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Tummy's Head kann man halt in jedem Raum einmal einsetzen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Aber da wir kein Grimston haben. Nicht so ganz cool. Also es gibt auf jeden Fall coolere Sachen. Aber wenn wir... Die Chance ist ja hoch, dass wir hier irgendwann mal einen Grimston bekommen sollten. Von daher... Wäre das vielleicht gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Tummy's Head mitzunehmen. Oh. Das sieht ja cool aus von links. Wenn wir nach links schießen. Das hat was. Okay. Warte. Im Shop gab es einen Shopkeeper, den man eventuell aufsprengen konnte. Ja. Gut. Schade. Sonst könnten wir natürlich noch die Dings hier aufspringen. Möchte ich aber ehrlich gesagt ungern tun. Wir könnten auch noch einen Geheimraum suchen. Da könnte Geld drin sein. Das ist glaube ich eine gute Idee. Nach einem Geheimraum zu suchen ist eine tolle Idee. So. Da haben wir ihn mit... Verdammt noch mal keinem Geld drin. Warum nicht? Hm. Komm schon. Mach mich stolz. Du verdammter. Oh. Okay. Der war richtig schlecht gesetzt. Egal. Jetzt gehen wir hier. Okay. Ja gut. Das heißt, wir müssen wohl... Ne warte. Wir könnten noch mal kurz zum Boss gehen. Vielleicht kriegen wir da ja die Krone oder sowas. Das ist natürlich auch möglich. Pow, pow, pow. Ich finde aber wir sehen richtig cool aus mit diesem Laser von links. Gefällt mir. Oh nein. Nicht schon wieder du. Au. Da. Nimm das. Oh okay. Der macht aber guten Schaden. Und Dingle ist bei mir irgendwie verpackt. Oh. Das gehört inzwischen so. Was ich aber nicht denke. Juhu. Sehr gut, Dingle. Ja, ja. Mach du mal. Könntest du wieder stehen bleiben? Wäre ganz schön. Hä? Was ist los mit ihm? Oh. Ich hasse Dingle. Guck mal. Er hört gar nicht mehr auf. Der hat keinen Grip auf dem Boden. Oh Gott. Okay. Ja, ja. Au. Natürlich triffst du mich hier drin. Was auch sonst. Wow. Okay. War jetzt nicht so ganz cool. Aber wir kriegen ein Lebensupgrade und leider kein Geld. Komm schon. Geld. Gib mir Geld. Wir können doch nach einem Supergeheimrum suchen. Aber wir haben gar nicht mehr so viele Bomben. aus dem Grund. Schade. Müssen wir wohl oder übel? Leider, leider. Den Automaten sprengen. Tja. Kann man nichts machen. Tut mir laut. Light Automat. Ach was. Drei Münzen wurden abgezogen. Aber wir haben so zwei bekommen. Oder ist die hier noch irgendwo? Nö. Wow. Okay. Man kriegt also nicht mal die Münzen raus, die man raussprengt. Hä? Hä? Blub. Blub. Egal. Gut. Ich glaube, wir behalten einfach mal den Bumpfent. Der hat ja eigentlich recht guten Schaden gemacht. Und dann haben wir die erste Ebene geschafft. Nach zehn Minuten. Achso, stimmt. Wir sind aber davor ja einmal gestorben. Ist die Frage. Wollen wir das jetzt mitnehmen oder nicht? Ja. Komm. Wir schalten ein andern Mal. Ding jetzt Bumps frei. Ist ja denn wir... Vielleicht... Ah. Vielleicht werden wir noch so op in diesem One, dass wir später gar keine Herzen mehr einsammeln müssen. Das kann ja auch sein. Ist ja gerade bei die zweite Ebene. So. Okay. Schön. Wir können durch alles durchschießen, was wir sowieso schon konnten. No. Yes. Gabi-Item. Ist das erste, oder? Ja. Gabi-Schwanz hatten wir im letzten One. Nun gut, nun gut. In den Shop müssen wir noch gar nicht reingucken, weil wir sowieso noch kein Geld haben. Aber der gibt uns bestimmt Geld, oder? 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 Gibst du uns Geld? Hallo? Nein? Warum nicht? Bist du arm oder was? Gib uns Geld. Wir brauchen Geld. Okay, unser Twinket ist sowas von unnötig. Sobald wir unser erstes, anderes Twinket finden, werden wir es auf jeden Fall austauschen. Äh, da möchte ich sogar tatsächlich rein, irgendwie. Allerdings schaue ich das mal lieber von der anderen Seite nach, weil... Hier kann ja auch der Geheimraum sein. So, und jetzt ist die weitere Frage, ob wir die Truhe öffnen wollen. Denn es gibt ja noch einen goldenen Raum. Oh, was haben wir hier? Abduance. Yay, Abduance. Die Jera-Karte. Die verdoppelt alles. Ja, die hat verdoppelt. Das weiß ich. Ähm, 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 ähm. Probieren wir das mal hier aus. Sehr schön. Sechs Münzen zumindest. Okay. Kammern was mit anfangen, auf jeden Fall. Wenigstens haben die noch Grip, würden alle Scheißhaufen in diesem Spiel keinen Grip mehr haben in dieser Mod, dann wäre das schon ganz schön komisch. Und nicht so nett. Stell dir mal vor, diese kleinen Scheißhäufchen hier, würden alle im Raum so ohne Grip umher wandeln. Das wäre doch richtig schlimm. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben auf jeden Fall genug Geld, das heißt, wir können auch in den Shop reingucken, nachdem wir uns diese Mütze hier gekauft, äh, diesen Schlüssel gekauft haben. Und, ja, wir können alles kaputt machen, mit unseren Dingsbums hier. Oh, das macht alles kaputt. Ja, das machst du gut. Du machst echt gut alles kaputt. Super. Okay, Wet Patch nehmen wir mit. Und dann ist die Frage... Nö, eigentlich gibt's keine Frage. Nö, nö, keine Frage. Ich hab keine Fragen. Wenn Fragen sind, einfach stellen. Wir gehen in den Shop auf jeden Fall rein. So. Denn, da erwartet uns ein schlechtes Item. Toll. Okay. Holen wir uns den Schlüssel. Und spenden zwei, damit wir wieder bei 100 sind. Dann fühle ich mich besser. Tchou. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen schade, dass unser Winzweck schon wieder weg ist. Aber okay. Eby, okay. Ich glaube, ich krieg niemals einen Winzweck über vier. Weil ich dann irgendwann immer so richtig Pech hab. Ich hätte mich natürlich auch ein bisschen mehr anstrengen können, aber... YOLO. Macht dieses Ding eigentlich auch Schaden zu Gegnern? Oh ja, okay. Nice. Das heißt, man kann damit nicht nur Steine kaputt machen und Fässer oder Vasen, sondern auch Gegner vernichten. Das ist natürlich cool. So, so Lover, es bringt uns überhaupt nichts. Was passiert, wenn man eine Gerarune hat und dann noch eine Gerarune findet? Verdoppelt man dann die ganze Zeit die Gerarune? Das wäre richtig. Das ist dann. Dann hätten wir eine unendlich Gerarune. Das wäre cool. So, unendlich Gerarune. Möchtest du kurz hüpfen? Also, hüpfen geht anders. Möchtest du hüpfen? Hör doch kurz. Jetzt hüpf schon. Ich will meine Puppe... Ich will meine Puppe jetzt benutzen. Er will nicht hüpfen. Na gut, doch nicht. Da. So. Kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Ihr kennt das. Monstro halt. Guckt in die eine Richtung und spuckt in die andere. Normal. Na komm, Monstro. Warum hast du so viel im Leben, hä? Oder haben wir einfach nur zu wenig schauen? Oh Gott, der hat uns zweimal getroffen und meine Nase juckt. So. Gut, kriegen wir wenigstens den Differrum. Dankeschön und ein Lebensabgrade. Yay. Das kriegen wir hier schönes. Die Hure von Babylon wieder. So, 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 so. So, so, so. Gut, die Hure von Babylon wollen wir natürlich haben. Das heißt, wir werden uns hier alles holen. Auch wenn das Ghostbaby jetzt nicht so ganz cool ist. Aber ich möchte diesen Hure von Babylon-Effekt haben. Denn der macht recht stark. Und recht stark sein. Hä? Wow. Wir sind nicht mehr stärker geworden. Oder jetzt? Jetzt. Stimmt. Da war ja was. Ah. Hi. Wir sind schon stärker geworden. Ihr könnt nichts gegen uns tun. Au. Au. Okay, ihr könnt doch was tun. Hilfe. Oh, wow. Ich hasse die zweimal. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Oh, nein. Wir werden sterben. Und dazu immer noch dieses blöde Feuer hier überall. Gut. Ich nehme Head of Krampus mit. Hier. Sagen wir da. Ein paar blaue Herzen wäre schön. Danke. Das ist die Frage. Soll ich jetzt hier die Gerar-Rune schon einsetzen? Da hätten wir ein paar blaue Herzen mehr. Ah, ich mache es einfach mal. Gerar. Ja, alles verdoppelt. Juhu. War wahrscheinlich richtig unnötig. Aber egal. Haben wir ganz viel Geld. Und Leben. Und überhaupt. So. Fühlen wir uns wenigstens mal ein bisschen sicherer. Hä, haben wir Eves Collar, wollte ich schon sagen. Gabi's Collar. Oh, wir haben echt. Wir haben Gabi's Collar. Okay. Wollen wir das denn her? Was? Das Ding fängt sogar Sachen ab. Äh. Diese Fußfessel. Das ist ja auch interessant. Das heißt, man kann das einfach vor sich legen. Dann ist das quasi wie dieses eine Baby da. Wie das Immortal Fred Baby Dingsbums. Das ist ja auch praktisch. Ja, Tatsache. Nice. Das fängt Projektile ab. Wusste ich nicht. Dann ist das ja echt eigentlich voll gut. Also ich, ich, ich fände das gut. Ja. Ich finde das sogar gut. Ich finde das tatsächlich gut. Denn alles, was Projektile abhängt, ist toll. Alles, was Projektile abhängt, ist unser Freund. Moment. So. So, hier. Jo. Zweites Gabi-Item. Nehmen wir natürlich mit. Ein paar Spinnis. Ähm. Ich behalte aber trotzdem mal, oder? Ach, nee. Wir nehmen Gabi mit. War übrigens unser zweites Gabi-Item. Das heißt, ein Gabi-Item fehlt nur noch. Dann sind wir wieder. Dann haben wir wieder unsere Gabi-Form. Unsere echte Form haben wir dann erreicht. Denn in Wirklichkeit sind wir ja Gabi. Aber uns wurde die Fähigkeit Gabi zu sein weggenommen. Und deswegen müssen wir erstmal unsere... Geh kaputt. Deswegen müssen wir erstmal unsere Einzelteile wieder zusammenflicken. Damit wir wieder Gabi werden. Ja, ja. Klingt brutal. Ist es auch. Aber... Ja. Ist es. Hi. Aber egal. Das machen wir gerne. Um wieder unsere alte Form zurückzuerlangen. Oh, was haben wir denn hier? Yay. Tears down. Nice. Oh, die. Ihr schon wieder. Überall. Ich sehe euch überall. Verfolgt ihr mich etwa? Klau, klau, klau. Gut. Magician ist eher unnötig, würde ich mal sagen. Obwohl, könnten wir eigentlich gleich mal mitnehmen. Ja, komm. Hier. Ein paar Fliegis. Hat ja auch was. Und nehmen wir die Magician-Karte mit. Denn Magician ist eigentlich gar nicht so schlecht mit dem Laser. Wie ich finde. Ist eigentlich ganz cool. Dann rastet der Laser halt so, so komisch aus. Und das gefällt mir. Au. Hä, irgendwie trifft der Laser nicht. Guck mal. Die werden nicht... Die werden nur ab und zu so komisch rot. Merkwürdig. Waren wir schon mit goldenen Raum? Ne, waren wir nicht. Okay, wir müssen den goldenen Raum noch finden. Auf jeden Fall, bevor wir zum Boss gehen. Dad, ich habe Angst, dass der Boss irgendwas richtig Schlimmes ist. Und wenn da was richtig Schlimmes ist, dann wäre das nicht gut. So, was haben wir hier Schönes? Ähm, ein Size-Down und Speed-Up. Ah, die Range-Up. Okay. Range-Up. Ähm, ähm, ähm. Will ich das Trinket haben? Ähm, das war doch das, dass man dann über die ganzen Sachen rüberhüpfen konnte. Ich spende lieber noch ein bisschen. Blub, 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 blub. Also bis 20 können wir, glaube ich, auf jeden Fall spenden. Und sonst... Ja, okay. Lassen wir das erstmal so. Gut. Uns fehlt aber immer noch der... Der, der, der goldene Raum. Da haben wir den. Ist ja auch schön. Und hoffentlich kriegen wir da auch ein Damage ab. Wir bräuchten nämlich dringend ein Damage ab, obwohl wir schon vier Schaden haben, aber... Irgendwie kriege ich davon nicht viel mit. Dauert mir irgendwie noch zu lange. Hier für eine so eine Made, die müssen wir... Ein... Äh. Eins, zwei, drei, vier... Fünf mal treffen oder was? Oh Gott. Das ist mir zu viel. Auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, ein paar Batterien. Polyphemus. Hey. 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 Da ist unser Damage ab. Nice. Okay. Sehr cooler goldene Raum auf jeden Fall. Noch Virtue. Das heißt, wir kriegen ab und zu mal ein Schutzschild. Wir sind richtig schnell unterwegs. Oh ja, wir sehen süß aus. Ich finde uns süß. Geilo. Polyphemus. Jetzt schießen wir zwar so richtig, richtig langsam, aber dafür machen wir auch so richtig viel Schaden. Pau, 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 Pau. Ja gut, das sieht man jetzt vielleicht nicht so, so deutlich bei Megamore, aber wir machen richtig viel Schaden. Da haben sie sich alle festgekeilt an Megamore. GG. Ach, die machen eben auch Schaden. Okay, dann chill ich hier mal kurz eine Runde. Au. Uncool. Evil Up. Okay. Ähm. Kein Devil Room. Okay, das stimmt mich jetzt ein bisschen traurig. So, Devil Room wäre eigentlich ganz cool gewesen. Aber okay. So, jetzt ist die Frage, ob wir es mitnehmen wollen oder nicht. Wir lassen es erstmal liegen. Wenn wir zu viele Leben verlieren sollten, dann können wir es später vielleicht noch einsammeln. Aber ich möchte mal versuchen, jetzt hier Destiny freizuschalten. Gut, dann dürfen wir ja leider, leider keine Herzen aufsammeln. Das versuchen wir auf jeden Fall mal. So, das müssen wir irgendwie von der Seite hier vernichten. Kommen wir da auch ran. Sehr schön. Was haben wir hier? Rote Kisten. Immer wieder gern. Äh, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. So. Ein paar blaue Herzen. Ja. Hm. Sieht das jetzt als Herzen aufgesammelt? Weil wir eben, äh, wegen der Robe ein paar Leben bekommen haben. Ich hoffe doch nicht. Das ist aber echt assig. Ich glaube, ich brauche die blauen Herzen. Ich nehme sie mal lieber mit. Ich glaube, sonst sterben wir. Oh, die sind auch so nervig, wenn das zwei von denen sind. Aber wenigstens greifen wir unsere beiden Begleiter zwei verschiedene an. Die Fliege greift den unteren an und der Vogel den oberen. Nice. Au. Au. Gut, dass wir Gimpy ihn gefunden haben. Puh. Okay, der Raum war irgendwie nervig. Aber gut. So, dann können wir eigentlich auch mal das blaue Herz mitnehmen. Meins. Meins. Mein blaues Herz. Okay, das war ein schöner Schaden. Solche Räume bitte öfters. Okay, die sollten wir eigentlich auch recht schnell töten. Jo. Sehr gut. Solche Reihen an Gegenden sind cool. Voll mit unserem Equipment gerade. So, wenn wir, wir bräuchten jetzt allerdings noch irgendwie mal ein Speed-Up oder sowas. Das wäre noch ganz schön. Oder halt unser drittes Gabi-Item. Aber, okay. Oh ja, oh ja, wenn wir Gabi werden, dann machen wir sogar richtig viel Schaden. Also, so richtig, richtig viel. Weil wir natürlich so richtig viel Schaden haben. Und dann werden die Fliegen ja auch stärker. Das heißt, das war auch eine gute Idee, dass wir eigentlich unser... Unser Gabi-Held mitgenommen haben. Weil die machen ja dann auch richtig gut... Schade, oh Gott. Ich bin gerade echt zweimal über die Spur gelaufen. What the fuck? Nirgends, wo ist man hier sicher? Au. Wow. Also, irgendwie mag ich den Raum hier nicht. Holy Water, nehmen wir mal mit. Warum nicht? Das Libra. Ähm, Libra. Libra, Libra, Libra. Nehme ich mit. Aus dem Grund, dass unsere Reichweite auch so übelst hoch ist. Und ich einfach mal hoffe... Okay, so Schaden ist genauso hoch geblieben. Und wir können schnell das schließen. Nice. Genau das habe ich nämlich gehofft. Genau das. So. Wir brauchen keine Schlüssel. Das Harlican-Baby brauchen wir auch nicht. Die Karte da auch nicht. Okay. Ja, geil. Okay, wir haben guten Schaden und können schneller schießen. Sehr nice. Libra hat... Libra hat uns mal was gebracht. Nice. Und wir kommen in einen Schwarzmarkt rein. Wo es ganz tolle Sachen gibt. Nämlich ein Dingens-Up. So, beide mal bitte rausgehen da. Dankeschön. Ein Firewaiter. Okay. Okay, 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 okay. Was wollen wir noch mitnehmen? Doubleshot brauchen wir nicht sehr. Options ist eigentlich ganz cool. Und dem könnten wir noch ein bisschen Geld geben. Lululu, gib uns was Schönes. Ich brauche keine Schlüssel, aber danke. Wollte ich nicht. Verdammt. Ich hatte schon... Ich habe mir schon gedacht, dass sowas passieren würde. Jetzt haben wir einen Doppelshot, der uns nichts bringt. Oh Mann. Und haben sogar noch weniger Schaden dadurch. GG. GG. Danke, Doppelshot. Für den weniger Schaden. Dich wollte ich mitnehmen für drei, für drei Dinger. Ich mag es nämlich, weniger Schaden zu haben. Ich gebe gerne drei blaue Herzen weg, um weniger Schaden zu haben. Das ist das beste Gefühl. Blum, 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 blum. Naja. Selbst wenn wir sterben sollten, wir haben ja noch zwei Leben. Wir könnten noch in den Shop reingucken. Wir sind sowieso sowas von langsam. Da können wir uns auch noch mehr Zeit lassen. Jum. Okay, ein schwarzes Herz. Wo ist der Shop? Ich suche einen Shop. Hat ihn wer gesehen? Ich noch nicht. Pau, 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 pau. Ah ne, wir haben weniger Schaden bekommen, weil wir jetzt ein Leben haben. Ah. Wir hätten das Leben abgleich nicht aufsammeln sollen. Okay, wir werden, wenn wir einen Devil Deal bekommen. Wir waren schon im Devil Deal. Und die haben blaue Herzen gekostet. Und mir wird gesagt, dass wenn man einmal im Devil Deal war, das genauso bleibt. Also, die werden trotzdem noch blaue Herzen kosten, obwohl wir inzwischen rote Herzen haben. Oh Gott. Äh. Ja. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir irgendwo rote Herzen weggeben können, das rote Herzen ausgeben, weil wir haben ja Hure von Babylon. Und wenn wir das schon haben, dann sollten wir das vielleicht auch nutzen. Wäre auf jeden Fall eine Idee, oder? Auf jeden Fall haben wir deswegen jetzt nicht vollen Schaden, sondern... Hä? Ach, wegen dem Wet Patch. Okay. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja alles nicht. Das ist alles merkwürdig. Ich spende einfach mal Geld. Dann fühle ich mich besser. Ist bei 150 die nächste Stufe? Ich glaube nicht. Ich glaube erst bei 200 oder 300. Lala. Lala. Okay. Eine Bombe. Nö. Was haben wir hier? Tier ist ab. Nice. Okay. Mhm. Ja. Mhm. 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 Haben wir zumindest wieder gut Geld gespendet. Das ist ganz schön. Haben wir auch die ganze Ebene wieder ausgebeutet. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Äh. Wir hätten noch in die Arcade gucken können. Aber pfft. Obwohl. Vielleicht ist da eine Dunechenmaschine. Dann. Mal lieber doch. Zumindest ein bisschen Geld. Okay. 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 Satanic Tisch. Okay. Nice. Wir haben zwei schwarze Herzen bekommen. Statt ein ganzes Lebensupgrade. Nett. Danke. Okay. Du willst mir jetzt aber nicht mein ganzes Geld wegnehmen, oder? Ach komm schon. Ach. Scheinbar doch. Der kommt ein bisschen spät. Kollege. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Oh. Noch ein bisschen schneller. Okay. Nehme ich mit. Ich mag es nämlich schneller zu sein. The Fool. The Magician. Wir nehmen mal The Fool mit. The Fool. Da können wir uns aus blöden Situationen raus teleporten. Beziehungsweise aus diesen komischen Challenge Räumen. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Obwohl nicht. Ich habe gehört. Oder mir hat jemand gesagt, dass man sich aus diesen Challenge Räumen gar nicht raus teleporten kann. Oh. Aber selber ausprobiert habe ich es noch nicht. Und deswegen werde ich es auf jeden Fall trotzdem nochmal selber ausprobieren. Man weiß ja die, ob ihr die Wahrheit sagt oder nicht. Ja. Wir nehmen natürlich das Damage Upgrade mit. Und hier waren wir ja schon drin. Können uns davon auch nichts kaufen. Oder doch? Können wir das mitnehmen? Okay, das ist uncool. Hä? Wir hatten noch ein rotes Herz. Wieso wird das rote Herz abgezogen? Okay, das ist jetzt irgendwie doof. Egal. Haben wir wenigstens keine roten Herzen mehr. Haben wieder unseren Hure von Babylon-Effekt. Und greifen wir jetzt so richtig schnell an. Sind auch richtig schnell. Und eigentlich sollte unser Schaden richtig hoch sein. Kommt mir gerade nicht so vor. Aber okay. Hä? Ich meine wir haben Polyphemus. Hallo. Und Libra hatten wir auch. Unser Schaden ist eigentlich hoch. Und wir haben Hure von Babylon. Das muss ja auch noch reinziehen. Also eigentlich müssen wir voll viel Schaden haben. Und richtig schnell angreifen. Richtig viel Schaden und richtig viel angreifen. Aber irgendwie... Ist das nicht der Fall. Das ist jetzt doof. Okay, wir müssen irgendwie nochmal stärker werden. Ist dieser Laser echt so ein Damage-Down? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo ist mein Schaden hin? Ich hatte so viel Schaden. Gut. So, hier Challenge-Raum. Hoffentlich ein Gabi-Item irgendwo. Wäre ja mal ganz cool. Okay. Okay. Geht einfach alle in dieselbe Ecke. Ist okay. Das kommt jetzt noch. Okay. Ist wenigstens einfach. Endlich bringt uns unser Laser mal was. GG. Haben wir schon gewonnen hier. Okay. Geschafft. Nicht geschafft. Was? Wieso kommen hier so viele? Oh, da kam er noch zurück. Die blöde Made. Ich glaube es ja nicht. Okay. Also ich glaube mal, wir schalten Destiny diese Runde nicht frei. Das machen wir dann irgendwann anders mal. Nicht mit Eden. Oder wenn wir richtig viel Glück haben. Wow. Wenn wir richtig viel Glück mit Edens Anfangs-Items haben, dann vielleicht doch. Hatten wir aber diese beiden Male leider nicht. So. Jetzt haben wir sogar zwei Eden-Tokens dafür aufgegeben, oder? Wow. Wir können ja gar nicht unendlich auf die Eden spielen, fällt mir gerade ein. Stimmt, 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 stimmt. Kriegt man mit ihnen eigentlich nur Anfangs-Items, die man schon gefunden hatte? Oder allgemein irgendwelche aus dem ganzen Pool? Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Ob man dann von Anfang an, wenn man richtig viel Glück hat, eventuell schon Gabi sein könnte, oder so. Das wäre ja auch cool. Jo. Slalomlaufen mache ich gern. Wir haben genug Schlüssel, wir können alles mitnehmen. X-Way Vision. Jo. Warum nicht? Hier. The Jar. Nee. Wir haben sowieso keine roten Herzen und wollen eigentlich auch keine haben. Und The Hermit. Okay. Slalom zurück. Ja, wir sind der Slalom-Meister. Brrrr. Die Fünf, alles klar. Die Ebene nochmal neu. Können wir nochmal den goldenen Raum mitnehmen? Sehr schön. Jupp. Okay. So. Okay, goldener Raum, dann komm bitte recht schnell. Oh, da werde ich angerufen. Gut, ich muss ja kurz Pause machen. So, das war meine Budi. Die, die wollte rein, meinte, ich habe den Schlüssel stecken gelassen, aber dabei stimmte das gar nicht. Hast du angerufen und meinte, du kannst doch nicht den Schlüssel stecken lassen. Dann meinte ich, habe ich nicht. Dann hast du gesagt, oh, da bin ich ja reingegangen. Ja, 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 so war das. Toll. Und jetzt muss ich hier schneiden, oh man. Egal, wir haben immer noch unseren coolen Laser und irgendwie sind wir halt viel zu schwach. Und das zieht sich hier alles recht doll lang. Keine Ahnung. Jetzt haben wir auch noch die Ebene. Okay, gut, dass wir das irgendwie abgewehrt haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben es geschafft, das abzuwehren. Komm, lass mich Gabi werden, damit das hier ein bisschen schneller geht. Lass mich Gabi werden, warum nicht? Ähm, so ist die Frage. Wollen wir das weiße Herz mitnehmen? Dann haben wir wieder ein Leben. Und würden weniger Schaden machen. Wir nehmen es mal mit. So was, so was Gutes kann man ja nicht liegen lassen. Das wäre ja Verschwendung. Denk doch mal an die Kinder in Afrika. Was die für ein, was die für ein weißes Herz tun würden. Oh Gott, das ist richtig rassistisch. Tut mir leid. Ist mir das im Nachhinein aufgefallen. Oh mein, okay. So, das vergessen wir mal schnell, was ich eben gesagt habe. Ähm. Und besiegen hier diese Minibosse. Die richtig langsam sind. Und ein bisschen nervig, weil sie so viele Leben haben. Ah, sterb doch bitte. Oh, wow, GG. Hast mich getroffen. Fühlst du dich jetzt gut? Fühlst du dich jetzt besser? Einen kleinen Arm, Isaac, weh zu tun? Schön. Schön, dass du dich jetzt besser fühlst. Oh Gott. Unsere Begleiter machen das. Die machen alles für uns. Naja, wenigstens haben wir die X-Ray-Brille. Und in den ganzen Geheimräumen in dieser Mod sollen ja recht häufig Items drin sein. Auf jeden Fall häufiger als sonst. Im normalen Isaac. Und daher ist das eigentlich ganz gut. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Weichet von mir. Danke. So, Leute. Dann schauen wir da mal rein und kriegen... Naja, okay. Iron Bar ist jetzt auch nicht so ganz toll. Irgendwie bleibt hier noch dieser Wow-Effekt aus, den wir brauchen mit unseren Items. Ich glaube, die Gegner haben noch nicht wirklich Angst vor uns. Nicht so wirklich. Schon wieder du? Wie viele von dir gibt es denn in dieser Ebene? Das ist ja unfassbar. Hör auf zu schießen. Hör auf zu schießen. Was habe ich dir gesagt? Du sollst jetzt aufhör zu schießen. Der hört gar nicht auf zu schießen. Seht ihr das? Oh. Kurz vor Ende nochmal getroffen worden. Geht. 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 Wow. Okay. Okay. Wir haben übrigens kein zweites Item. Äh, kein zweites Leben. Heißt, wenn wir gleich sterben. Also auf jeden Fall kein sicheres Leben. Wir haben nur dieses... Wir haben nur diesen Koller. Ja, ja. Nur diesen Koller. Den haben wir nur. Heißt. Wenn wir sterben, ist es auf jeden Fall nicht hundertprozentig sicher, dass wir wiederbelebt werden. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Deswegen sollten wir eventuell nicht sterben. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Okay, dann mit dem goldenen Raum mal hin. Und Piskis. Ist das doch, oder? Fische? Ne, war Piskis Fische? Ne, was war denn Piskis? Doch, Piskis? Ich habe keine Ahnung. Was war denn Piskis? Ich weiß es nicht. Was ist das denn für ein goldenen... Ach, wir waren eben im goldenen... Oh, wir sind in den goldenen Raum gekommen. Ah, okay. Verstehe. Ich dachte schon, was ist das denn hier für... ...im goldenen Raum? Hier ist ja gar nichts. Das heißt, wir haben nur ein Item bekommen im goldenen Raum. Das ist ja auch eine magere Ausbeute, muss man dazu mal sagen. Tearsap ist aber gut. Und wir holen jetzt die Batterie. Wir haben sowieso genug Geld. Wir können kein Geld mehr spenden. Zweites Trinket. Warum nicht? Und was war das hier oben? Der Curse... Dingsbums? Nö, okay. Dann... ...haben wir hier alles. Denke ich mal. Und... Oh Gott. Okay, wir sollten aber schnell genug sein. Jo, da war noch ein schwarzes Herz. Also Ampo... Ah... Okay, das war sehr unnötig. Aber... ...wir machen... ...guten Schaden. Okay. Ich... Wenn ihr nicht die Deadcat wäre. Ah... Ich muss sie mitnehmen. Ich muss sie mitnehmen, weil wir jetzt Gabi sind. Ein Mini Gabi, aber wir sind Gabi. Und... Goathead. Der lohnt sich eigentlich nicht mehr, oder? Oder doch? Wir kriegen sowieso jedes Mal mehr. Was auch immer. So, okay. Wir sind Gabi. Und... ...das würde ich gerne noch mitnehmen. Danke. So. Sind wir zumindest... ...in der Warm-Ebene. Mit Curse of the Maze. Das ist doch auch was Schönes. Aber wir sind Gabi. Und... ...mit den ganzen... ...Laser-Strahlen... ...produzieren sie sogar richtig gut fliegen. Die Laser-Strahlen sind nämlich... ...fast genauso wie... ...Bümmsten, glaube ich. Also die treffen auf jeden Fall häufiger. Auf jeden Fall produziert man damit gut fliegen, wie man sieht. Ach, komm. Geh auf. Geh auf. Ich tu dir nix. Geh jetzt auf. Ah, ich mach hier Randale. Okay. Gut. Wir haben leider jetzt wieder... ...ein Leben, weil wir dieses weiße Herz aufgesammelt haben. Aber... ...was soll man tun? Wir müssen irgendwie unser rotes Leben loswerden. Dann würden wir auf jeden Fall stärker werden. Hätten wir diese Pack mitnehmen können, dann wären wir auch jetzt... ...vieh, viel stärker geworden. Aber... ...ne, dann wären wir nicht Gabi geworden. Also... ...insgesamt wären wir dann wieder schwächer. Haaah. Und wir haben wieder ein paar mehr Leben. Das ist natürlich auch was Schönes. So. Was haben wir hier? Brauchen wir nicht. Wir sind schon Gabi. Moment. Die Bombe können wir ausnutzen. So. Wir haben zwar sowieso schon genug Bomben... ...und müssten eigentlich die Bomben gar nicht mehr ausnutzen, aber... ...wir sind Kapitalist. Wir nutzen alles. Und da ist mir zu spät eingefallen, dass hier noch ein Shop ist. Deswegen musst du jetzt sterben. Du musst sterben und musst mir dein Geld wiedergeben. Du Bastard. Was hast du mit meinem Geld gemacht? Ich war nur kurz im anderen Raum. Hat er einfach unser Geld ausgegeben. Ich glaub das ja nicht. Das glaub ich ja jetzt nicht. So ein Blödi hat. Gut, wir brauchen mit drei Geld. Dann werden wir auf jeden Fall wieder ein bisschen stärker. Wegen dem Champion Belt. Dem Champion... ...ähm... Dann nennt man das Gürtel. Gürtel. Das ist ein Gürtel. Und Gürtel sind toll. Oha. Ja, ganz viele Knöpfe. Ja, da bin ich mal gespannt, was... ...was jetzt so kommt hier. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Knöpfe drücki. Knöpfe drücki. Ja. Müssen wir eigentlich sogar alle drücken? Ne, ne? Null. Wir machen es trotzdem. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld. Und... Was haben wir hier noch? Noch eine Kiste mit noch mehr Geld. Okidoki. Das war ein netter Raum. Da haben wir schon den Boss. Das ist auch Mutti. Das heißt, wir dürfen da noch nicht hingehen. Ach, wir haben kürzelt unsere Maze. Deswegen geht der Schlüssel immer woanders hin. Habe ich gerade schon gewundert. Und jemand meinte, das hier sind blaue... Äh, blaue... Blaue Feuer. Das heißt, da können eigentlich auch blaue Herzen drin sein. Habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Aber okay, da war ein blauer Stein. So. 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 Nehmen wir das mit. Challenge ab. Ja. Sind die Gegner ein bisschen stärker. Aber... Sollte kein Problem sein. Dafür sind wir auch ein bisschen stärker. Auch wenn man es nicht sieht. Aber wir sind's. Stellt euch vor, wir wären stärker. Blup, blup, blup. Äh, hier wollte ich gar nicht rein. Und cool. Aue. So. Ist der auch weg? Was haben wir hier? Noch mehr Geld. Jo. Das ist das, was wir brauchen. Ganz viel Geld. Hoffentlich keine fünf. Okay. Noch mehr Geld. Wieso kriegen wir hier so viel Geld hier? Und wir haben Pheromone. Okay, warte. Wir gehen zum Boss. Wir gehen zum Boss. What the fuck? Dieses blöde Curse of the Base. Ist richtig komisch. Wo wird was? Hier war eine Kiste? Oh. Wieso habe ich die nicht mitgenommen? Egal. Okay. Wir können zum Boss gehen. Hat ja auch fast nicht lang gedauert. Hallo, Buddy. Hi, hi. Hi, hi. Ho, ho. Hi, hi. Ciao, ciao. Ich habe mich natürlich eben mit Absicht treffen lassen, damit unsere Begleiter mitkämpfen. Die Fliege und der Vogel. Nicht, dass ihr denkt, ich habe euch da aus Dummheit selber treffen lassen. Oh, ist das so? Geil, Roboticot. Wieso setze ich die Bombe ein? Oh, ich bin so verplant heute. Keine Ahnung. Ich habe elf Stunden geschlafen und bin trotzdem richtig müde und so. Das ist voll merkwürdig. Richtig merkwürdig. Aber okay, aber okay, okay. So, warte. Wir haben volle Leben. Fast. Von daher. Ich sammle das jetzt mal nicht ein. Vielleicht schaffen wir jetzt zwei Ebenen dann irgendwie. Also bis Mutters Herz auf jeden Fall. Dann ist auch schon Schluss. Irgendwie durchzukommen, ohne Leben einzusammeln. Ja. Versuchen wir mal. Versuchen wir mal. Dann würden wir mich auf jeden Fall trotzdem nochmal irgendwie Destiny freischalten. Und das wäre ganz cool. Hätten wir wenigstens einen neuen Charakter freigeschalten. Wenn unsere Killing Spree, Killing Spree, Killing Spree ist falsch. Wenn unsere Windstrike schon darunter leiden musste, dass wir hier mit The Mask spielen. Oh. Dann würde ich wenigstens einen neuen Charakter freischalten. So. Und alles, was wir da tun müssen, ist nicht zu viele Leben zu verlieren. Kann ja nicht so schwer sein. Und natürlich keine Leben aufzusammeln. Schlüssel hingegen dürfen wir ja mitnehmen. Was da? Oh, wir hätten eben 42 von allen. Das wäre cool gewesen. Oh ja. Den würde ich gerne mit. Danke. So, jetzt sollten wir aber vollen... Ja, danke. Endlich vollen Damage. Und unsere iPhone-Pilzpille haben wir auch noch gefunden. Oh, da gibt... Da gibt ja recht nette Sachen, muss man ja mal sagen. Aha. Ne. Äh, gut. Dann... Hier riechst du nach Fleisch. Ich will Fleisch. Wieso riechst du hier nach Fleisch? Ich glaube, gleich gibt es Essen. Oha. Riecht voll gut. Okay. Oh, nee. Da habe ich schon wieder Leben verloren. Wir dürfen keine einsammeln. Beziehungsweise ich will keine einsammeln. Okay, komm. Wir konzentrieren uns jetzt mal so ein ganz kleines bisschen. Damit wir hier gut durchkommen. Zwei Ebenen ohne... Wie viel haben wir? Sechs, neun Leben zu verlieren. Das sollten wir doch hinbekommen. Das sollte möglich sein. Okay. Leider falsch gelaufen. Aber das macht ja nichts. Denn hier haben wir einen Cube of Meat. Der da einfach so rumliegt. Auch nicht schlecht. Hat man also auch außerhalb von den ganzen Bossen, die man besiegen muss, um so ein Super Meatball herzustellen, noch die Möglichkeit irgendwie dadurch das zu machen. Haben wir eigentlich schon den Small Rock? Nö. Okay, Herzchen nicht aufsammeln. Was haben wir hier so? Pow, 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 pow. Äh, okay, hi. Ist das so eine Art... Errorraum? Auf jeden Fall gibt es hier ganz viel Geld. Okay. Okay, okay. Der ist auch tot. Wo ist der Boss? Der kann doch nicht so weit weg sein. Da ist er. Gut. Was haben wir da Schönes? Noch ein bisschen Geld. Ja, nehmen wir alles mit. Jetzt haben wir volles Geld. Jetzt sind wir wieder reich. Der Tod. Das heißt, wir kriegen unseren zweiten Cube of Meat. Das heißt, wir kriegen... Ja. Den zweiten Cube of Meat. Und haben dann ein Cube of Meat Kopf, der mitschießt. Das ist toll. So. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Herzen dürfen wir nicht aufsammeln. Wieso sammelst du das Herz denn ein? Du Bastardo. Bastardo, Ramo. Gosh. Ich hasse dich. Ich hasse dich, rote Truhe. Ich hasse dich. Jetzt haben wir blaue Herzen eingesammelt. Das heißt... Wieder keinen neuen freigeschalten. Oh, Mann. Ich glaube, wir hätten das geschafft. Aber nein. Da muss ja ein blödes blaues Herz rauskommen. Blum, 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 blum. Na gut. Dann halt schnell zum Boss. Das wievielte Mal wäre das dann? Das fünfte Mal? Dass wir Mutters Herz besiegen? Möglich. Oh, eine Telepille. Tschüss. Okay, da unten ist falsch. Jetzt ist mir das so blöd. Jetzt darf ich auch so viele Leben verlieren, wie ich will. Ich bin schon in der letzten Ebene. Moment, Joker. Joker. Okay, das war der Miniboss. Wir scheinen. Okay. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Vielleicht ein blaues Herz. Jetzt, wo ich schon blaue Herzen eingesammelt habe. Eine Joker. Ach ja, das nehme ich. Den nehme ich auch. Und den nehme ich auch. Und das brauche ich nicht. Gut, danke schön. Und tschüss. Yay, Leben verlieren. Ja, ich mag Leben zu verlieren. Yay. Leben verlieren macht Spaß. Alles klar. Dann ist der Boss anscheinend hier oben irgendwo. Ich habe Lust, Oso zu spielen. Frag mich nicht, warum. Ich habe gerade das Bedürfnis, Oso zu spielen. So. Lass mich durch. Da ist was. Da ist was. Mach kaputt. Mach kaputt. Als wenn ich meine Bombe dafür einsetze. Nochmal Jera. Cool. Und natürlich ist der Boss wieder genau da, wo wir nicht hinlaufen. Aber wo auch sonst. Da mach kaputt. Danke. So. Hi. Auch durch. Aber ich muss. Moment. Ich muss sagen, so schwer ist die God Mode irgendwie gar nicht. Ich bin zwar schon ein paar Mal gestorben, aber das bin ich auch im normalen Isaac. Ja gut, wenn man ganz viel Pech hat von Anfang an, dann ist die God Mode ein bisschen scheiße. Aber sonst geht das eigentlich. Man wird halt so richtig OP einfach. Von daher. Ich hätte mir die auf jeden Fall schwerer vorgestellt. Es gibt ein paar Räume, die sind so richtig assig, ja. Aber sonst. Und die Chest ist vielleicht noch sehr assig, ja. Ja, ja, ja. Aber da müssen wir ja bisher noch nicht hin, außer einmal. Bisschen, es ist jetzt zweimal. In der zweiten Folge haben wir sofort den Mega-Satan-Besieg gehabt. Oh ja, ganz viel Geld. So. Haben wir auch nicht mehr volles Geld. Das sieht ein bisschen netter aus. Oh ja, ganz viel Geld. Jo. Jo, analog glitched Baby und everything is terrible. Ist das eine Challenge? Everything is terrible? 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 Nö. Was ist denn everything is terrible? Äh, okay. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Unser Winz-Spec ist wieder um zwei geschrumpft. Oh, manno. Okay, das war auf jeden Fall The Mask wie viele Dinge. Haben wir jetzt noch? Drei Eden-Tokens haben wir trotzdem noch. Okay. Können wir die ja trotzdem noch ein paar mal spielen. Äh, ja. The Mask ist halt wie Eden. Alles random. Alles toll. Oder alles doof. Wie beim ersten Mal gesehen. Und dann würde ich sagen, viel Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wird mich freuen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.